Hallo. Holst du dir einfach einen PC, ohne mir Bescheid zu sagen, ohne dass wir da zusammenbucken, zusammenbauen, irgendwas? Ja. Es war tatsächlich auch ein Frust... Ein Frust, aka Impulskauf. Junge, das muss mit Liebe geschehen sein. Nein. Völlig emotionslos. Genau richtig. Ist halt Werkzeug, ne? Dein Geld zu verdienen. Völlig emotionslos. Mein Problem ist, ich habe einmal versucht, oder ich glaube mittlerweile schon dreimal, ich habe dreimal versucht, mir einen PC zusammenzustellen mit den Komponenten, die ich haben will. Der kostet immer um die 5.000 Euro. Ja moin, Leute, Junge! Was du für den teuren Geschmack? Ja, was? Guck mal, dann stehst du da bei diesen Komponenten und dann so, ja, willst du hier die Grafikkarte oder willst du für 60 Euro die bessere? Und dann so, oh, dann nehme ich doch für 60 Euro die bessere. Dann machst du ein paar andere Sachen. Hat er. Ja. Und, nachdem du die Sachen dann eingestellt hast, kommt er, willst du die Grafikkarte behalten oder willst du die bessere für 100 Euro? Na gut, für 100 Euro könnte ich ja schon mit besser. Kriege ich den Headshot da nicht rein bei dem? Weiß ich nicht. Ich hab Leute so ganz nebenbei, ne? Hier bei mir. Ja, ja, ich... Oh, scheiße. Ich brauch Close, Leute. Ich muss reingehen. Ich brauch Close. Ich bin shotgun. Dann kann er sich nicht draußen rumpfeifen. Jetzt go inside and get physical. Sind sie hinten an den Hütten? Die Hütten, ja. Ich hab einen Header gegeben. Jo. Einer ist hier unten auf der Terrasse, Martin. Pass auf, neben dir oder Nande. Ja. Hier auf der Seite. Ja, ist da unten. Wo ist die Seite? Ja, auf der. Hier bei dir. Da, hinter der Hütte ist einer. Ach, komm schon. Die sind immer noch hier hinter. Ja. Kommt da nicht dran. Da geht der Zombie jetzt hin. Einer hat nen Hit bekommen. Ich hab einen Silence Schuss abgekriegt. Die haben den einen aufgehoben, den ich gedaunt habe. Pushen jetzt rein. Bitte. Ja, ist drin, ne? Oder hat die Tür aufgemacht auf jeden Fall. Ich hab den Zombie aufgehoben. Ich hab einen Zombie getötet. Das kann doch nicht sein, ey. Er hat mich gehadshotted. Jemand Necro am Start. Ich bin safe. Was? Das war schnell. Ich hab ihn als erstes beschossen. Der dritte Frommel, der schießt mich. Ich will mich verarschen. Ja, meine Crown. Er looted gerade. Ja. Ja. Oder was? Oh, wo ist hier, ne? Was wird das denn? Auf dem Dach ist einer. Bei mir in der Nähe von meiner Leiche. Bist du der Autor oder der obere? Der obere. Oben auf dem Dach. Steps. Ziemlich. Ey, jetzt f*** mich doch nicht. Genau da ist einer. Jetzt kriegst du den Sparks Schuss ab. Da, Anne. Ey, sag mal. Verarsch mich doch jetzt nicht. Oh, im Dach. Ja, ja. Ja, was denn? Als ob der nicht genau drauf war. Probier. Schön. Probier. Ja, ganz ruhig. Du gehst rein. Warte, warte, warte. Komm schon, komm schon, komm schon, Junge. Der. Der findet mich nicht. Der ist kein guter Trade. Kannst du mich auch noch knicken? Warte. Ich glaub, die wissen nicht, wo du bist. Ich glaub, die wissen nicht, wo du bist. Ja, du warst, du warst wiederbelebt. Ich hab leer. Drei, zwei, eins. Oh, mein Gott. Schön. Mich nicht, äh, wer ist auf meiner Leicht oder holt ihr die wieder auf? Ja, unter mir sind auf jeden Fall viele Steps. Ich war leer. Schöne Leiter. Ich bin's. Ich komm zu dir hoch. Highground und so. Ich glaub, hier ist einer, pass auf. Im Turm ist keiner. Wo sind die unter mir? Jetzt sind welche im Turm, Martin. Ja? Nee. Wir holen uns auf dem Vordach. Echt jetzt? Echt jetzt? Fuck, die Bastard. Oh, da ist ein Fenster. Ich hab einen. Ist der oben? Nee, ne? Nee, der ist auf deiner Etage theoretisch. Nein! Das war Klemme. Nein! Oh, Mann! Und wegen überwiegendem Fenster bei ihm? Du kannst ihn bei dir rein, wenn du möchtest. Der, der kann gleich raushüpfen und seinen Boy holen, ne? Der liegt da auf dem Vordach. Quasi direkt neben meiner Leiche. Das war's. Aber der hat seinen Boy nicht geholt. Doch, hat er. Ein Tönster. Ätchen Ich. Nein. 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 Nein.